Brunnenhebel? Sparingbarunnen? Kulturen! Wie spannend, dass sich all diese Dinge über all diese Geschichten und Menschen verbunden ist. Ich hoffe, dass jemand einen Tag über mich über eine Geschichte erzählen wird. Hm, schade, dass Point & Click Adventures immer so stiefmütterlich behandelt werden in Sachen Gaming. Also auch von Spielern selbst. So stiefmütterlich gekauft werden, kaum Markt haben und so weiter. Ist ein bisschen schade. Und das 100. Call of Duty läuft aber trotzdem noch. Oder das 100. FIFA. Ist, ja, eigentlich sehr, sehr schade. Wow! Ich dachte immer, diese waren wirklich schön in meinen Büchern bei Hause. Es ist sogar noch beeindruckender als Person. So schön! Ich glaube, dass die Lever aus der Brunnen in den Pfeifen auspumpt, wenn ich sie benutze. Ja, die sind aber schon ganz schön olle aus der Brunnen, ne? Das war lustig. Zurück zu finden, ich glaube ich. Mhm, mhm, okay, das ging schnell. So, bevor ich nach rechts gehe, erstmal links umgucken. Obwohl wir da was übersehen haben. Ich hab nämlich hier oben noch was gesehen, aber das ist nichts, ne? Hab ich hier mal reinkommen gesehen. Die Schamide. Die Schamide. Die Schamide sagt Blackley's Blacksmith. Bits, bobs, oder broken. Wir treffen uns alle deine Metalsmitglieder. Hallo? Ist jemand da drin? Hä? Sorry? Ich hab nur gesagt Hallo. Ich wusste, ob ich dich über ein paar Dinge fragen könnte. Äh, ich habe zu viel Arbeit, wie es ist. Sorry, du musst später zurückkommen. Oh, okay dann. Das ist immer ne sehr junge Schmiede. Zum Waldpfad. Ich geh mal gucken. Hm. Ich bin nicht sicher, ob das ein guter Ort ist, um zu fragen, über den Wizard. Okay. In die Kirche. Steckbrief haben wir schon gesehen. Zur Mühle. Ah, Taverne. Laden. Abgehörzung. Ich geh mal in die Kirche. Wir müssen uns noch ein bisschen umgucken. Hm. Ich bin nicht sicher, ob das ein guter Ort ist, um zu fragen, über den Wizard. Okay. In den Laden. Das mit dem, das mit so einem Schild ist schon super, ne? Dorf. Es gibt nur noch mehr Hände und Villager. Und sie waren alle von mir. Okay. Da brauche ich also gar nicht hingehen, ja? Sehe ich das richtig? Sie waren alle von Ben und ich, als wir kamen. Ich wundere mich, dass sie zu reden wollen. Na gut. Dann. Antiquitätenladen. Wunderhorn Antik. Strictly keine Pets. Gawker. Loiterer. Spaß. Und definitiv keine Kinder. Oh mein. Na gut. Ich bin nur hier, um Grandpa zu helfen. Ich bin sicher, dass sie eine Excepter machen können. Tja, das werden sie bestimmt nicht. Hm. Okay, verstehe. Heuhaufen. Aw. All this Hay has that kind of farm smell from home. It is exciting to see all these new things. But I miss Grandpa. A lot. Mhm. Hehehe. If something was hard to find... Grandpa always said... Oh Anna. You may as well try and find a needle in a haystack. Wouldn't it be funny if I actually... Oh. Hold on. Well there you go. Not so hard to find them after all Grandpa. Okay. Eine Nadel. Okay, okay. Oh sag mal. Der Drache spuckt gar kein Feuer mehr. It's been so long since he's eaten anything but berries. I think he's all out of fire. If I'm going to give him something to eat, I should look for something dry and flammable. Ja, nun. Vielleicht ein bisschen Heu. Hm. Rufus? Das war Rufus? Da ist Rufus grad... Was? W-w-was? O-o-okay. O-okay. Deponia 5. Confirmed. O-o-okay. Ich denke, dass hier nichts anderes ist. Ich wollte das... Ich wollte das eigentlich in Drachen verfüttern. Ich wollte jetzt nicht... Das ist aber... O-o-okay. Sch-schön. Das ist mein Freund, Ben. Wir finden sein Haus, bevor alles fertig ist. Ich bin sicher davon. Ich hoffe, er hat die Steckbriefe nicht gesehen. Hm. 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 Oh, schau, Anna. Schau. Ich denke, ich habe Leute gefunden. Ich denke, du bist richtig, Ben. Gute Arbeit. Komm, wir gehen sie sehen. Ja. Ja. Aber... Ich bin zu jung. Ich bin nicht allowed in places like that. Du bist nicht. Ja. Aber wir brauchen der Hilfe. Ja. Aber... Ja. 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 Aber schau. Ja. 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 Schreit題. Ja. Emma kling estuv version Institut. Ja. 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 ים some... Ja. No, any? Any wizards? You do realize where you are, right? Um, yes? A tavern? Little miss, this village. This is a magic village. Really? Oh, wow. Aye, indeed. It's a dying practice, but there's still plenty of them lingering. You know, the magic folk, which is wizards and the sword. Mm-hmm. No, uh, um, uh, no, uh... Ugh, not more witches. A girl your age, little miss. You'd best not be dealing with the likes of them. Stories of children been up and vanishing, cries from the old mill. Oh, no. That's terrible. Where did they go? What's this old mill? It's out the back of the village, near the bridge to the woods, but, uh, not my business, little miss. I just cleaned my glass here and paid them no mind. Don't want no trouble now. Hmm, okay. Did you say you recognized me? When I came in, you seemed to... know me. Aye, you heard rightly. But, how is that possible? I mean, I'm from a faraway farm. I don't know anyone. That may be, but the royals seem to know you. You and the so-called bear man. Hmm? Aye, Gil says he's called that on account of his gruesome bear-like appearance. Says he stands ten feet tall, eats people whole. Best be careful of him out there, little miss. Ah, haha. Okay, but, how do these royals even know anything about me? What do they want me for? Not my business, little miss. I just cleaned my glass here and paid them no mind. No one no trouble now. Well, if that's the case, then I'll help find the children and the wizard. You're not really from around these parts, are you? No, sir. I've come a long way looking for this wizard. So, kidnapping witch or not... Actually, I should probably be getting back to looking now, too. Thank you kindly for your help, sir. Hmm. Oh, yes. Wait, little miss. If you want to know a good place to look for one, well, out in the square there, behind the big old church, there's an alleyway. Down there, that's where I see them coming and going sometimes. Uh, just be careful out there. Not usual for a girl to be out there alone. I wouldn't want you vanishing like the rest of them now. You know, mister, I'm beginning to think, you care more about others than you let on. Ah, no, no, no. Just, ah, clean my glass. Find my own. Hehe. Don't worry about me, sir. I have a feeling I'll be alright. No. Ich weiß nicht, warum ich mag den Stil einfach voll gerne. Von ihm hier mit seinen kleinen Knopfaugen, dem Bärtchen, blablabla. Er mit seinem riesen Kinn, der immer so... So, was... Und aber auch hier, hier oben. Die Büste. Der Büffel oder was auch immer. Guck mal, wie süß der immer ist. Ich mag den Stil voll gerne. Ah, ich würde gerne ihn nehmen und ihn frei setzen. Aber ich denke, er ist ein bisschen außerhalb meiner Hilfe jetzt. Ah, kann man hier nie wissen. Ist ja ein magisches Dorf. Oh, er sieht so schade. Für gute Grund, ich glaube. Ja, wir werden seinen Körper bestimmt noch irgendwo finden. Dann nehmen wir den mit. Das kriegen wir schon hin. Ein Töpfchen. Da kommt ein, äh, nicht sehr schöner Schmerz von da. Ich glaube wirklich nicht, ich will nicht wissen, was es ist, das in der Mitte kuchen. Ich... wirklich nicht. Hm, schade. Blah, keine Ahnung. Ich bin nicht so hungry. Ja, ich schon ein bisschen. Sei gell. So ein grumpierter Freund. Ich glaube, tief in die Mitte ist, dass er nur ein großartiger Softi, doch. Hm. Er scheint nicht zu sehr schade zu sein. Ich glaube, ich werde ihn sein lassen. Na gut, beim Wirt hatten wir alles, ne? Ah, na gut. Okay, danke, Herr. Ich würde besser zurückkommen, was ich gemacht habe. Hi, das sollte ich. Geh dir aus, kleine Frau. Mhm, 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 mhm. Schlafender Mann, da können wir gar nichts machen. Doch, jetzt. Vielleicht in seinem Traum ist er auf seine eigene kleine Quest. Da sehe ich mich. Er scheint nicht zu sehr schade zu sein. Ach so, ja, das haben wir schon mal gehört. Ansonsten gibt es hier nichts. Da ist die Büste. Schilde. Der sieht ein bisschen aus wie Game of Thrones, aber naja. Ich habe diese schon gesehen. Sie sind Familie Kress, um zu zeigen, was Haus du hier bist. Der Bartender hier scheint zu leicht zu gehen, um ein Lion oder ein Wolf zu sein, doch. Ja, das wäre genug wahr. Aber ich will nicht, dass ich auch keine Seite nehmen. Schau, du bist sogar nicht mit Freundinnen. Mhm. Okay, hier sind noch Rohre. Es gibt zwei da. Eine für Bier und eine für Wasser. Sie sind beide, die in die Tavern gehen, von irgendwoher außen. Aha. Zapfchen. Es gibt zwei da. Ja. Was? Okay, normal, warte. Ich denke, dass einer viel mehr benutzt wird, als der andere. Eve, ist das ein bisschen ein Hazzard, sie über die Tür zu haben? Keine Ahnung. Nein. Aber ich sehe keinen Grund dafür, das zu tun. Okay, hier? Nein. Ich sollte zur Alley gehen. Wahrscheinlich ist das für die Magik-Folk. In die Gasse. Jetzt kommen wir in die Gasse. Jetzt müssen wir mal Monkey Island. Oh! 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 Oh, my! Hello there, child! Hello? Hello, miss. I didn't mean to startle you. That book! Where did you get it? Sorry? Oh, this magic book? Well, that's kind of a long story. I must have it. I must have it. Um... Can I have it? Please? I... I'm not sure. I did go through a lot to get it. Hmm... You... You... You're all alone out here? A child. Alone. In a dark alleyway. Well, I'm looking for someone. Perhaps you know him? A wizard of some sort? Uhhh... Uh, no, I do not know anything about the wizard's secret magic shop. Huh? Wait, the wizard's shop? That door you just came through. What was that? Oh, uh, uh, curses, vested by a child. This is why I do not like children. Um, pardon? Perhaps I do know something about a secret wizard's shop. Perhaps. What of it? Really? Oh, please, miss, could you show me where it is? Hmm, okay. The price is one magic book. Oh, uh, well, you promise you won't do anything bad with it, right? Ahaha! Yes, yes, whatever you say. Well, okay then. Das war nicht sehr schlau. Hey, w-wait a second. Oh, ah yes. Das hätten wir auch ohne geschafft. Wir haben es doch gesehen. Das werden wir noch bereuen. Die Hexe. Äh, hallo? Is... is anybody home? Who goes there? Oh, uh, hello. My name is Anna. Sir? Ah, Anna. Dear Child of the West. Yes, yes, of course. Oh, I... I'm sorry. I... I thought this was the wizard's house. Ah, but it is, Anna. It is. The sorceress's house, to be more exact. Pleased to meet you, young lady. I've been waiting for you. Oh. Oh, I see. I'm sorry. Pleased to meet you, too. So you... You know about my grandpa, then? Of course, dear. Of course. Please, take a seat. I can't believe I finally found you. I don't even know where to start. Do you have a cure for my grandpa? How do I save him? I'll do anything. Patience, dear. Relax. We have time. He is gravely ill, it is true. But it is a special kind of illness. And a special illness, you see, deserves a special spell. Mm-hmm, mm-hmm. Ich wollte übrigens noch sagen, die ganze Zeit, aber ich komme ja zu nix. Ich darf hier nix sagen. Ähm, die Hexe draußen. Erstens, die war voll süß. Also nicht auf die Art und Weise, aber die war so knuffig. Und, äh, außerdem hat die mich voll an den Schädel von Monkey Island 3 erinnert. Mord hieß er, glaub ich, ne? Hieß er nicht Mord? Die hat mich voll an den Schädel erinnert. Und generell hat mich das so ein bisschen an Monkey Island 3 erinnert. Und ich hab so gedacht, ach Mensch, und bla, und mit dem Team noch ein weiteres Monkey Island. Ach, das wäre irgendwie schon cool. Ach, Mensch, ach, Mensch. Ach, ja. Ich muss zugeben, ich mag das Spiel voll gerne. Ich mag das voll gerne. Die Rätsel sind nicht, na gut, da war jetzt dieser Part, das Partyhut-Rätsel und so. Aber ansonsten sind die Rätsel alle sehr angenehm. Nicht allzu schwer und knackelig, da könnte sogar noch ein bisschen was hinter, ähm, vom Zeichen ziehen. Oh, das ist so schön. Macht voll Spaß. Charaktere auch alle sehr gut. Voll gut. Hätte ich viel früher spielen müssen. So. Okay, aber erstmal hier weiter. Was, hier besondere Art von Krankheit. Opa ist ja krank. Was heißt das, ein speziell Kind of Illness? Ihr Grandpa. Er ist Kurset. Ein sehr stark und kürzerer Kurset, das ist das. Nein. Grandpa. Aber du musst wissen, für such ein Spell, da sind große und kürzerer Objekte notwendig. Objekte ich nicht possess. Whatever they are, I'll get them. Grandpa, he... He's all I have. Sadly, they are, how do you say, protected. Protected? Royal Family. Yes, that is what I said. Child, didn't this Grandpa of yours tell you not to interrupt people all the damn time? Oh, I'm... I'm sorry. Hmm. Well, as I was saying, there are three sacred objects that I need to complete the cure. But taking them from their owners is another matter. Hmm. Okay, so what are these sacred objects? Where should I look for them? The first is an orb of great power, the Amber Orb. Merely possessing it grants the user exponential magical power, enough even to break the curse. It can be found in the woods beyond the mill, in the depths of a lake protected by the Weissefrau, and ghastly spirits that haunt the waters, tricksters of the very worst kind. Whatever you do, child, do not enter those waters. Oh my. So, how shall I get the orb, then? You will find a way, I'm sure. If you want to save your grandpa, you will have to. Yes. Yes, I will. I will find a way. Oh Gott, die weiße Frauen, da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Oh Gott, die beschweren sich dann über alles. Oh Gott, die beschweren sich dann über alles. Okay, das fragen wir hier auch gleich. Das will ich auch die ganze Zeit wissen, aber ich frage jetzt mal. Und das zweite Objekt? An enchanted rose, from the tops of Glass Mountain. This is the heart of the cure. The soul of the spell's essence, if you will. At its peak is housed a nasty outcast of this world. A bitter, twisted old fool that has embraced his seclusion. Ask for the rose, and the rose alone. He guards many protected objects, but that he might part with. Oh, I see. Alright, so Glass Mountain. The tale goes that a dragon once gave passage to those that were worthy. You should speak to the minister at the church. He would no more on the legend. Wow, a dragon. Alright, the minister at the church. Okay, guck mal, hier sieht ihr so freundlich aus, hier aber nicht. Hier sieht ihr ein bisschen genervt aus. And the final object? Fortunately, this is quite a great deal easier. In fact, I do believe you have it already. Really? Let me see. Don't be dull. The spellbook child from Winfrieda's tower. Oh. Uh. Oh. What? What is it? You do have it, don't you? Well, I did, but... But an old lady took it from me. Just outside. One of the most powerful spellbooks in all the land, and you gave it away. Well, not like that. I mean, she was nice about it, and seemed like a nice little old... Never mind. You must find it regardless. It contains the chance for the spell, and is absolutely vital. Alright, I will. I'm sorry. Don't apologize, child. Just get it back. Ah, ja, sie schien so nett. Das, äh, werden wir noch bereuen, glaube ich. Do you know, how my grandpa is doing? Can you tell me? I've been in the woods for some time now, looking for Wunderhorn. So I just... I just want to know, if he's still okay. I can tell you this much. He's not getting any better, while you sit here chatting away. Oh, no, no, I guess not. Ach, ich mag die. Ich mag vieles hier. Mit der Rose, wegen des Zauberbots und der Bronze, okay. I best get looking for these Objects, then. Thank you so much, Miss... Um... Gee, I'm sorry. I think I forgot your name. I never said it. The Objects aren't finding themselves, you know. Oh, yes, okay. I'm sorry. Ich will mich umgucken. Hm, children.